Anwaltschule Böcklund, Stolkerstraße 4. Bei uns ist es im Moment. Danke. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Unser Hausalarm wurde ausgelöst. Ich habe noch keine weiteren Infos. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe noch keine Ahnung. Aber es gab noch eine Ahnung. Entschuldigung, Sie sind in der ersten Hügel. Applaus 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 Musik 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 Knife Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020